Ich hab keine Granaten mehr, aber ich schmeiß doch trotzdem welche. Was bist du für einer? Hä? Nimmst du die aus deiner Mütter? Oh, jetzt kommt der Mütter. Au! 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 Aber ich weiß halt nicht, ob man irgendwann hinten am Termin irgendwas machen muss. Warte auf, warte. Ich entspann mich ja eigentlich nur, ne? Ich find's auch interessant, die Roboter schießen auf das Tor, anstatt einfach den Knopf da draußen zu drücken. Oh, jeek! Oh, Munition. Brauchst du nicht? Okay, brauche ich nicht. Hahaha. Hahaha.